Schaut mal hier, die Eintagsfliegen schlüpfen, da ist sie. Wunderschöne Tiere, im Englischen auch Mayfly, also Mai-Fliegen, hier bei uns Eintagsfliegen. Wir sehen hier hinten zwei Verlängerungen, Cerci genannt, und die Flügel stehen ganz typisch nach oben, schlüpfen jetzt gerade alle aus. Hier unten, da sehen wir die ganzen geschlüpften Tiere und auch einige Häute. Hier haben wir eine, hier sehen wir jetzt die Haut, und diese drei Cerci bei den Larven sind ganz typisch. Schauen wir uns aber nochmal im eigenen Video an.